Was heute passiert? Yo, let's go. Wir brauchen noch einen. Ja, sch... Ja, save, oder? Du musst auch eine? Ja, ich hab auch eine. Gut, dass hier noch 10... Ich bin doch eh voll! Ist das Motorrad am Arsch? Äh, ja. Ich hab 6. Bei dem Haus... ...meine Mets abzubauen. Immer so ultra-steib von dir, gell? Nein, warum liegt hier oben jetzt keine Waffe? Was soll der Müll? Bei dir, Freddy, ich kann vorbeikommen, wenn du willst. Digga, er trifft nicht, er ist schlecht. Ah-ha-ha-ha-ha! Mit meinem letzten Schuss! ... ... ... ... ... ... ... ... der andere ist irgendwo hinter dem baum hier hochgelaufen die doppelmagazin hat er geil oi komm her, still springt er yo let's go Wir brauchen noch einen. Ja. Ich hab was so geiles bekommen. Ich hab Luftikus genommen. Komm ja Jan. Wir können Jan töten, dann kriegt ihr die nochmal. Komm, mach mal Witz. Ja. Geil Digga. Passi Leute. Ich weiß, wenn ich was der dann bekomme. Lass mal Jan umbringen, dann holen wir die Pump noch. Den kriegen wir nochmal die Shotgun. Und das Sturmgewehr. Ja, witz. Verpasst euch die von mir. Hallo. Duplizier die Scheiße. Weißt du, er kommt gestern auf den Trichter, dass wir das duplizieren können. Aber wacht. Die Frage ist, wo ein Reboot werden. Hier ist doch, glaube ich, einer. Ja, aber dann blut meine Leichen nicht gewickst. Okay. Hier kriegt doch alle die Shotgun, hier. Ich kann sich zweimal umbringen. Ja. Schau. Schau. Stellt ihr am besten irgendwo Granaten. Hier ist ein Auto, hier ist ein Auto, hier ist ein Auto. der kümmern die wir uns darum da ist ich habe ich gar weg gesprayt freddie Oh mein Gott Digga, der hat ein goldenes Rottunkgewehr, holy shit. Was? Oh shit Digga. Voll geil. Hallo. Dein Motorrad geht's nicht so gut, würde ich sagen. Warum? Hat er Schaden bekommen? Ja ne, der weckert die ganze Zeit wie ein Geistgestörter. Bleibst du für immer bei ihm, ne? Ah! Nein, Jan gerutsch da, ich will das auch haben. Ich will meine Scheiße weitermachen, geh weg. Die Stunts? Ne, ich spring mal kurz einfach, ne? Kriegst du vielleicht auch? Ich weiß, bin dir nicht sicher. Ja, zählt. Mach. Ich bin by the way bei 3 Millionen, ne? Das ist dritte Phase. O- fuer- Uh... Nee... Wir haben zu Hause. Das wird die neue Toe... Ey, ihr könnt die neuer Toe werfen! Ah, die müssen wir über uns drehen. Ah, was ist denn, wir müssen über uns drehen? Eh... Ah, die müssen wir... Das dann, das werden wir Pfeil... Tja... E, kannst du eine Neuwerfen? Ah, da haben wir... Die müssen über uns drehen. Ehm... Ehm... Jaaa! Nice! Boah! Verbringst du nicht so viele Punkte gerade? 100k bei mir! Ich hab nie weit! Ja, äh, mein Mate hier, Freddy! Mein Mate hier! Wer von den? Mein Mate! Ich wollte damit auf den Stein fahren, aber du hast es nicht hinbekommen. Nee, ich hab mit den Leute rüber gesprungen mit den Zeitungen. Das war schon geplant. Digga, ich bin auf dem Reifen gelandet, was die vermasselt! Wann fällt die? Wann fällt die? So low! Oh, das ist ein Gegner! Oh, was? Hä? Ausgeschlecht! Dann lässt er mich jetzt hier einfach zurück, Digga! Ich bin doch bei dir, hä? Du hast auch eine? Ja, ich hab auch eine! Digga, ist voll krank, weil diese Kampfschoten... Ich bin ja da oben! Ich bin ja da oben! Wo sind die? Und wenn die Mate so auseinandergenommen werden würde, dann wäre ich auch weg! Das war ich! Ja, wir sind... wir gehen doch mal runter, hä? Fünfer! Zehner! Sechser! Sechzehner! Hab ihn! Puh, Freddy, wir sind beide genau zugleich, ne? Holy! Digga, es macht viel zu viel Spaß, Junge! Das ist voll overpowered, ey! Oh, Freddy, Digga, das war grad richtig geil, ne? Du musst das aufnehmen, ey! Wie wir den alle hinterher gefahren sind, das ist richtig... Wenn wir die Runde gewinnen, dann läuft das! Äh, Shield? Klar habe ich welches! Ich brauche auch noch eins, dann habe ich wieder 50! Ich brauche noch ein Minion, dann bin ich wieder bei 50! Wenn wir die Runde gewinnen, dann kommt das hoch, Jan! Ja, Mann! Ich brauche noch ein paar Paare! Okay, mach mir... Wenn wir weiter, Spielsä... Ich wollte ramben! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte nochmal zurück! Das ist ein Soundtracks! Ne, Spaß! Was? Sind die in der Zone? Nee, mag ich nicht Ich weiß Mach ich Hat der jemand auf TikTok gesehen, ne? Ja, ok Was zur Hölle? Das war ein komischer Flug, ne? Ich hab gerade den Stein durchgefahren Echt? Ja Nee, hallo Ja, ja Ja, hallo Ja, hallo Ja, hallo Ja, hallo Ja, hallo her ich habe so weg mit dem scheiß jetzt hier die tour ist oben drauf du idiot also ich will jetzt irgendwo eine woche haben ja wollte ich auch dein stein wenn es bei 1,5 millionen bei 6.000 außen na ich wollte es auch gerade machen auf mein niger als motorrad skripte so rum kriegst du überhaupt sprit dazu? du kriegst keinen sprit und soll jetzt kein sprit, ne? cool ja okay, weiter geht's okay, weiter geht's ich habe auch reingeschossen ich spiel gerade die ganze zeit dmr, ne? was? wenn ich nicht da hochfahren konnte, gell? weg nach jaa jaa ja ich kann doch nicht scheinbar was zur Hölle er war ein Schwert drin, ne? ähm ich denke, dann bleibt er da stehen, ey hallo, Hilfe hä? was ist los? ich war oben aufm Baum ey was ist mit dir los? ich habe gar kein Schild denke ich lass ja die zwei mit wenig extra lieben dann nehmen wir einfach beide mit chillig zwei, drei, drei, drei drei wo max wo haa wieso wie wir eigentlich drauf schießen, ey roll die ship da ist ein fisch ich hab grad limo gesucht gut dass hier noch 10 ich bin doch voll ist das motorrad am arsch ja ich hab sechs bei dem haus oder bei dem haus hinter dem berg müssten noch welche sein musst du noch und müssten noch motorräder damit musste man noch kills machen damit musste fünf kills machen ja cool mache ich mal komm mal her ich habe auch wenn nämlich unabgezogen würden ist ich sag einen du hast du dort mehr leben 250 leben digga what the fuck können wir den berg hier hochfahren das frage ich mich ich bin der andere typ ich komme zu hilfe ja gut also ich habe zwei kills mit dem schneeballwerfer warum habe ich gerade